Rechte Rede Rechte Rede ist das dritte Element des edlen, achtfachen Pfades. Wann immer Sie etwas sagen oder schreiben, sei es beruflich oder privat, sollte das im Bewusstsein von Nichtunterscheidung, Unvoreingenommenheit, Verstehen und Mitgefühl erfolgen. Was Sie sagen, kann auf Sie selbst, auf andere und auf die Welt heilend wirken. Wie viel Leiden wird dennoch durch falsche Rede verursacht? Es gibt vier Richtlinien für die rechte Rede. Erstens, sprich wahrhaftig, ohne Lügen. Zweitens, sprich mit einer Stimme. Sage nicht zu der einen Person etwas und zu der anderen etwas ganz anderes. Drittens, sprich mit Respekt, ohne beleidigend zu werden. Viertens, sprich präzise, ohne Übertreibungen und Ausschmückungen. Beherzigen wir das, üben wir uns in rechter Rede. Wenn Sie rechtes Denken praktizieren, wissen Sie auch, wie Sie sich in rechter Rede üben können. Ihnen ist bewusst, dass der Mensch, den Sie lieben, unbeständig ist, dass sein Geist unbeständig ist und auch sein Körper. Doch im täglichen Leben gehen Sie davon aus, er sei beständig, und so halten Sie es für selbstverständlich, dass er da ist. Rechtes Denken beinhaltet, dass Sie um seine Unbeständigkeit wissen. Diese Einsicht hilft Ihnen, sich nicht über ihn zu ärgern. Sie werden darum bemüht sein, die Dinge anders zu sagen. Sie sprechen nicht unfreundlich und scharf, sagen nicht, er hat mich betrogen und verraten. Stattdessen sagen Sie, oh, ich sehe, dass auch ich zum Teil für die Situation verantwortlich bin. Oder ich bin dafür verantwortlich, nicht gut mit der Situation umgegangen zu sein. Das ist dann rechte Rede. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einen Brief voller Mitgefühl und Vergebung. Während Sie diesen Brief schreiben, werden Sie sich selbst heilen. Selbst wenn die andere Person Ihren Brief noch gar nicht gelesen hat, wird die Welt um Sie herum bereits zu heilen beginnen. Sie können rechte Rede praktizieren, während Sie eine E-Mail schreiben und abschicken. Und das kann sowohl Ihr Leid als auch das einer anderen Person unmittelbar mindern. Warum warten? Wir können uns jederzeit in rechter Rede üben, um uns selbst zu heilen, uns zu versöhnen mit uns selbst und mit der Welt. So geschickt sprechen, dass die Lehren nicht missverstanden werden. Als der Buddha über Leerheit, Shunyata, sprach, befürchtete er zunächst, dass seine Schülerinnen und Schüler dies für eine Sichtweise halten würden. Als er über Nicht-Selbst lehrte, hatte er ähnliche Befürchtungen. Im Allgemeinen hängen wir an einer Vorstellung von einem Selbst. Doch wir können uns auch in eine Vorstellung von Nicht-Selbst verstricken. Ist unsere Grundlage aber rechte Anschauung, und das heißt die Leerheit aller Anschauungen, sind wir frei von der Anschauung oder Vorstellung von Selbst und Nicht-Selbst. Wenn wir uns äußern, müssen wir also sehr darauf achten, dass die von uns verwendeten Worte und Bilder von rechter Anschauung durchdrungen sind. Sprechen Sie mit Geschick, damit sich Ihr Gegenüber nicht in irgendwelchen Vorstellungen verstricken kann. Mit Worten können wir gleichermaßen Leid wie Freude bewirken, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Es gilt also, uns bewusst zu werden, wie wir sprechen und eine heilsame Form der Rede zu finden. Keine Sorge, Sie müssen jetzt nicht zu allem Ja und Arm sagen oder den Mund halten, wenn es Unstimmigkeiten gibt. Das ist ein häufiges Missverständnis. Vielmehr geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, indem Sie sich, anstatt nur zu schimpfen, um eine für beide Seiten stimmige Lösung bemühen und auch mal eine versöhnlichere Sichtweise vertreten als Ihr Gegenüber. Es bedeutet auch, sich von Kantinenlästereien fernzuhalten, der mies gelaunten Kollegin freundlich einen guten Morgen zu wünschen oder auch ein sich aufschaukelndes Streitgespräch höflich, aber bestimmt zu beenden. Es geht darum, sich darüber klar zu werden, was die eigenen Worte und unterschiedlichen Tonlagen auslösen. Wenn wir uns über unsere Mechanismen bewusst sind, kann Sprache wirklich viel Heilsames in uns und unserem Umfeld bewirken. Ebenso kann es manchmal sinnvoller sein, zu schweigen als zu reden. Beginnen Sie am besten gleich, einen wohltuenden Umgang mit Sprache zu üben. Wenn wir hauptsächlich über das sprechen, was wir nicht wollen, was wir nicht gut finden, was nicht funktioniert, was fehlt, nehmen wir irgendwann nur noch die Missstände wahr. In unserem Gehirn verstärkt sich immer die neurologische Verschaltung, der wir die meiste Aufmerksamkeit schenken und mit der wir uns besonders häufig beschäftigen. Experimentieren Sie heute mal damit, bewusst laut auszusprechen, was alles gut läuft, worüber Sie sich freuen, worüber Sie dankbar sind. Achten Sie dabei auf Ihre Gefühlslage und bemerken Sie auch, wie die Menschen in Ihrem Umfeld auf ihr positives Feedback reagieren. Beideein Sie auch, wie die Menschen in Ihrem Umfeld auf ihr wisst, aber es gibt Ihrikal und Coz, wie die Menschen in Ihrem Umfeld auf ihr Leben aus buffaloes Gefühlet, wie die Menschen in Ihrem Umfeld auf der anderen Namen zu verwenden.